Neun Jugendliche aus dem Rheintal sprechen über ihren Glauben und Nichtglauben. Sie entdecken Bekanntes und Fremdes. Sie hinterfragen sich und andere und sie haben Interesse und Freude am interreligiösen Dialog. Dieser Film zeigt Religionen und Kulturen frei von Zündstoff und Vorurteilen, jedoch voller Dynamik, Toleranz und Emotionen. Wer bin ich? Wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Was glaube ich? Egal wo wir uns bewegen und welcher Kultur oder Religion wir angehören, der Wunsch nach Toleranz und Respekt begleitet uns ein Leben lang.